nachdem ich meine alten rechner wieder fit gemacht habe das rechner mit windows 3 11 und windows 95 windows 98 rechner hier und mein modernstes system mein windows 2000 system mit einem 4 gigabyte ram und einem 3 gigahertz prozessor meiner beschränkten logik folgend wollte ich das nützliche mit dem angenehmen verbinden ich habe in einem der letzten videos von perry rodin gesprochen das heißt von von walter ernsting dass ich da ein battle mit erich von denigen lieferte und jetzt gibt es zum beispiel hier abendenwerk gibt es eine der seiten archiv ort gibt es da noch wo man die ganzen alten spiele von windows 95 windows 3 11 bis windows 2000 und xp zurzeit noch kostenlos runterladen kann weil die kein schwein mehr kennt und da gibt es auch spiele über perry rodin und da habe ich gedacht guckst du die mal an vielleicht findest du ja irgendwelche versteckten hinweise da auf unser problem mit mit der sonne und der iss und wieder die leser gen himmel geschickt werden aber dann hatte die künstliche intelligenz doch erbarmend mit mir und hat mir gleich auf youtube das richtige video vorgeschlagen bei den nun folgenden aufnahmen handelt es sich nicht um trick fotografie oder ähnliches obwohl das was man hier in schwarz weiß sieht ist eigentlich ein trick wenn es wieder auf normal farbe gestellt wird und der weiß abgleich der kamera ausgeschaltet wird dann schaut so aus hier alles ganz schön gelb und das liegt daran dass diese szene mit einer altmodischen straßenlaterne beleuchtet wurde eine natrium straßenlaterne also korrekt natrium dampflampe sozusagen und die sind eingesetzt wurden als straßenlaterne weil die ziemlich effizient gewesen sind allerdings lassen diese lampen alles bisschen komisch aussehen es gibt einen cai wert was über die lichtquelle so viel aussagt wie nah sie dem tageslicht ist also sozusagen wie natürlich die farbe ist sonnenlicht zum beispiel hat einen cai wert von 100 und eine lichtquelle die es überhaupt nicht schafft farben zu unterscheiden die hätte dann praktisch einen cai wert von null und ja natrium dampflampen haben einen cai wert von null aber was die lampe so schlecht in der farbwiedergabe macht das ist dann auch der grund dafür warum die flamme hier schwarz zu sehen ist wenn man ein atom anregt dann springt ein elektron auf eine höhere umlaufbahn und wenn es jetzt wieder nach unten fällt dann wird ein lichtphoton frei wie viel energie das lichtphoton hat es lediglich der unterschied zwischen den beiden energieniveaus das elektron gibt praktisch einen teil seiner energie ab die es dann also dies hier oben bekommen hat und die energie schläuter das elektron dann wieder in form eines photones weg also lichtteilchen weil die orbital aber quantisiert sind sind auch ihre energieniveaus fest was bedeutet dass die energie eines durch diesen übergang freigesetzten photons immer dieselbe sein wird und die energie des photons definiert seine farbe für natrium gibt es im sichtbaren spektrum eigentlich nur einen möglichen übergang und das wäre eben genau diese gelb orange farbe bei einer ganz bestimmten farbe spricht man eigentlich von einer ganz bestimmten wellenlänge was in diesem fall 590 nanometer sind eigentlich ist ziemlich untypisch dass so ein licht nur eine sichtbare linie hat normales tageslicht das kann man schön aufspalten in die ganzen regenbogen farben auch beim xenon licht was mit einer tesla spule angeregt wird haben wir eigentlich nicht das weiße licht was man da hauptsächlich sieht sondern das ist auch zusammengesetzt aus vielen verschiedenen farben aber dies natrium gas das hat nur eine linie naja gut das stimmt nicht ganz eigentlich sind es zwei emissionslinien aber die liegen sehr nah beieinander also das natrium atom emittiert also eine ganz bestimmte photonen farbe also jedenfalls wenn ein elektron von dem 3p auf das 3s orbital fällt aber auch das gegenteil passiert wenn man ein natrium atom mit einem photon treffen kann das genau die richtige energie hat springt das elektron vom 3s orbital auf das 3p orbital und absorbiert das photon wenn das photon zu wenig energie hat dann wird es vom natrium atom nicht absorbiert aber wenn es zu viel energie hat das auch nicht vom natrium absorbiert natrium hat also nicht nur ein emissions spektrum sondern auch ein absorptions spektrum was ja logischerweise genau das gegenteil vom emissions spektrum ist und mit der einfachen tatsache kann man auch die schwarze flamme erklären also diese natrium atome sind wirklich gut darin 590 nanometer photonen zu absorbieren und da genau diese 590 nanometer von der natrium dampflamme ausgestrahlt werden ist dann die flamme hier schwarz zu sehen das hat mir netterweise jemand in den comments geschrieben dass ja die iss dann 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 nur zu sehen ist wenn wenn die sonne ziemlich tief steht und wenn die sonne ziemlich tief steht dann könnte sie doch diese 590 nanometer wellenlänge haben das ist doch auch dieses dieses schöne orange was man gerade gesehen haben oder ich war ja schon fast drauf und dran mir meine eigene atmosphäre zu basteln hier das habe ich schon angeklickt welche gase sind leichter als luft aber jetzt wollte ich erst mal wissen ob sodium also natrium gas leichter als luft ist da habe ich soweit nichts gefunden und dann habe ich einfach mal sodium und atmosphäre eingegeben und dann kam ich hier drauf auf sodium layer the sodium layer is a layer of neutral atoms of sodium within the earth's mesosphäre also diese natrium schicht ist eine schicht von diesen neutralen atomen von natrium in unserer mesosphäre die in einer höhe von 800 eine 80 km bis 105 km ist uiuiui aber 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 was ist denn das was was ist denn das was wie wo wann ein fosa upset it at the starfire optical range for leader and laser guide star experiments is tuned to the sodium over 2 lang and laser guide star and laser guide star is an artificial star image created for using Astronomical Adaptive Opticsystems. Okay. Also so wie ich das jetzt ganz laienhaft kapiere, nachdem ich das mal so ganz kurz überflogen habe und das mit meinem beschränkten Verstand so ein bisschen aufgenommen habe, ja, werden da Laser an diese Natrium Schicht da oben geschickt, um praktisch die Sicht frei zu machen für unsere Teleskope, damit die weiter ins Weltraum gucken können. Das ist die offizielle Erklärung dafür. Ist ja cool. Ich möchte mal so ein Ding live irgendwo sehen. Weiß jemand, wo so ein Ding rumsteht, was so ein Laser in den Himmel schießt? Okay, und wem das jetzt noch nicht reicht, YouTube hat mir echt geholfen. Das weiß wahrscheinlich, was ich suche. Das hat mir das vorgeschlagen hier. Also eine Erfindung, die dem Disney-Konzern Millionen eingebrachte, aber was sie verloren haben. Hm. In der in der letzten Zeit. Ja, hier wird am Anfang gezeigt, wie heutzutage gearbeitet wird mit Greenscreen oder mit Bluescreen und welche Fehler dabei auftreten. Also zum Beispiel ist es beim Greenscreen halt echt blöd, wenn man ein grünes Kleid anhat oder beim Bluescreen, da werden die Blautöne dann verfälscht. Aber irgendwie hat Disney das damals bei Mary Poppins so krass hinbekommen, dass selbst die Profis von heute sich gewundert haben, wie die das damals gemacht haben. Und das Geheimnis, könnt ihr es euch denken, jawohl, ist die Natrium-Dampflampe. Die haben genau mit dem Prinzip, was vorhin erklärt wurde, wie das mit der Flamme funktioniert, hier schon die ersten krassen Kinofilme gemacht und irgendwie ist die Technik dann in Vergessenheit geraten und dann mussten sie mit Bluescreen rum experimentieren und jetzt erst, so wie es aussieht, sind sie wieder dahinter gekommen, haben es wieder gefunden und das passt ja sowas von gut mit rein, Disney und NASA und der Weltraum. Zum Beispiel kann man so einen schönen Blur-Effekt, wie hier unten bei dem Fuß des Sehnes, mit einem Bluescreen oder einem Greenscreen überhaupt nicht hinbekommen. Und spätestens jetzt habe ich dann auch keinen Zweifel mehr, dass meine ersten Teleskop- Aufnahmen, die ich vor 14 Jahren machte und mit denen das eigentlich hier so alles angefangen hat, wenn ich mich mal so richtig zurückerinnere, das waren eines der ersten Dinge, die mich auf den Pfad gesetzt haben, die Beobachtungen durch mein Fernrohr, dann weiß ich jetzt, dass das höchstwahrscheinlich einiges künstlich sein könnte, was ich da gesehen habe. ein neues viel weiter. Revolution. Guckst du, Ich habe das wieder. Oh, das ist schon mal weg. Verrückt. Guck mal, das ist schon mal von so. Ja. Ja, das ist schon mal. Und auch das, was andere Leute sehen, ist keinesfalls fähig, was einfach nur einen Himmel projiziert zu wissen. Ja, das ist schon mal. Also, das ist ja so. Wie ist das, das jetzt schon in einem Moment. Ein bisschen wie eine Siennis. Was die Fremde sind. Das ist schon mal wie eine Fremde. Ja, das ist schon mal in einer Siennis. Das ist schon mal, als in einer Siennis das eine Fremde ist, Dann bin ich in den Kurschen und in den Kurschen. Ich bin der Kurschen. Wir sehen uns, dass wir hier so machen. Es ist eine Form, eine nicht so eine Kruppe. Es ist wie ein Rumpf. Und in der Kurschen ein Rumpf. Und in der Kurschen ein Rumpf. Das ist so eine Rumpf. Das ist so eine Rumpf.